Ah, frisches Gemüse. Das, wovon wir alle wahrscheinlich lieber etwas mehr essen sollten. Denn Deutschen bauen ja enorm viel Obst und Gemüse selbst an und zählen zu den größten Agrarproduzenten in der EU. Das ist gut und das sollte vor allem auch so bleiben. Doch was hat das mit der Bundesnetzagentur zu tun? Im Zuge des Netzausbaus werden neue Stromleitungen gebaut und die führen oft durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet. Aber ist das ein Nachteil für die Landwirte? Beeinträchtigen die neuen Leitungen, den Anbau oder die Ernte? Otto erklärt. Hallo, mein Name ist Matthias Otte. Wir von der Bundesnetzagentur sind die, die sich um das Stromnetz von morgen kümmern, damit wir uns vom Strom von gestern verabschieden können. Etwa die Hälfte der Fläche von Deutschland wird landwirtschaftlich genutzt. Das hört sich ziemlich viel an und das ist es mit rund 179.000 Quadratkilometern auch. 179.000 Quadratkilometer, das ist die komplette Fläche Österreichs, zweimal und dann noch ein bisschen mehr. Logisch, dass der Netzausbau auch einen großen Teil dieser Fläche betrifft. Hobbygärtner werden wissen, dass Pflanzen mitunter sehr sensibel sind, was Qualität und Beschaffenheit ihres Bodens angeht. Deshalb machen sich Landwirte Sorgen, welche Auswirkungen der Ausbau des Stromnetzes für sie hat, wenn unter oder über ihren Feldern Hochspannungsleitungen verlaufen. Es gibt zwei Möglichkeiten für die Verlegung von neuen Leitungen, Freileitungen und Erdkabel. Freileitungen werden über der Erde verlegt. Der Aufbau geht verhältnismäßig schnell. Hierfür werden die Fundamente für die Masten in den Boden getrieben. Bei der Befahrung des Bodens durch Baufahrzeuge sollten aber einige Dinge beachtet werden, um diesen Boden zu schonen. So verteilt sich Last besser auf trockenem Untergrund, weshalb es sein kann, dass der Bau bei Regen auch mal aussetzen muss. Andernfalls könnte der Boden verdichtet, also so sehr platt gedrückt werden, dass er bleibende Schäden davonträgt. Außerdem sind Fahrzeuge mit Kettenantrieb schonender, da sich das Gewicht besser verteilen kann. Für denselben Effekt werden für radbetriebene Fahrzeuge extra Vorkehrungen getroffen, wie zum Beispiel befahrbare Platten. Die fertigen Strommasten nehmen nur eine geringe Fläche ein, die nicht bepflanzt werden kann und von den Landwirtschaftsgeräten umfahren werden muss. Die zweite Möglichkeit ist die Verlegung von Erdkabeln. Das bedeutet, dass die neuen Leitungen unterhalb der Erdoberfläche in 1,5 bis 2 Metern Tiefe verlegt werden. Der Bau ist hierbei zwar etwas aufwendiger, dafür steht hinterher nichts in der Landschaft herum. Um die natürliche Funktion des Bodens zu erhalten, wird bei der Verlegung von Erdkabeln eine bodenschonende Technik angewandt. Dabei wird der Mutterboden nicht einfach zur Seite geschoben, sondern seitlich des Grabens aufgehäuft. Jede Bodenschicht wird getrennt ausgehoben und gelagert. Ganz schön aufwendig. Ist die Verlegung beendet, werden die einzelnen Schichten in der gleichen Reihenfolge, wie sie entnommen wurden, wieder aufgetragen. Anschließend wird das Feld noch mit speziellen Pflanzen, wie z.B. Rotklebe pflanzt, die den Boden regenerieren und für den künftigen Anbau aufbereiten. Das dauert dann ein bisschen und nach ein paar Monaten können wieder die gewohnten Pflanzen ausgesät werden. Das Einzige, was man von da an noch beachten muss, direkt über dem Kabel innerhalb des sogenannten Schutzstreifens dürfen keine tiefwurzelnden Pflanzen, wie z.B. Bäume, gepflanzt werden. Dieser Streifen darf auch nicht bebaut werden. Aber Erntemaschinen und Feldarbeit sind kein Problem, solange man nicht zu tief pflügt. Zur Veranschaulichung. Üblicherweise ist die Pflugtiefe deutlich unter einem halben Meter. Es ist also noch massig Platz zur Leitung. Kommen wir mal zu den eigentlichen Kabeln. Durch die Hochspannung auf den Kabeln entsteht genau Wärme. Wie viel Wärme dabei genau entsteht, hängt vom Stromfluss ab. Laut aktuellen Erkenntnissen gibt es an der Oberfläche jedoch keine erhebliche Erwärmung. Also weiterhin Gemüse für alle. Eine Entschädigung bekommen die Landwirte natürlich auch, wenn eine Leitung durch oder über ihr Feld führt. Einerseits eine einmalige für die Nutzung des Bodens. Dafür wird im Grundbuch eingetragen, dass der Netzbetreiber seine Leitung verlegen darf. Das Eigentum am Grundstück bleibt selbstverständlich unangetastet. Wie hoch diese Entschädigung ausfällt, hängt allerdings von den tatsächlichen Einschränkungen für den Eigentümer ab. Die Vertragsparteien können dies jedoch zunächst frei verhandeln. Andererseits gibt es noch eine Geldleistung für den entstehenden Ernteausfall durch den Bau. Diese kann auch länger gezahlt werden, nämlich so lange, wie auf dem Baugebiet tatsächlich weniger geerntet wird. Okay, das war's zum Thema Landwirtschaft. Es ist, wie so vieles an dieser Energiewende, ein komplexes Thema und oft auch ein emotionales. Denn es betrifft Eigentum und mitunter auch die Lebensgrundlage der Menschen. Deshalb hoffe ich, dass wir hier ein wenig Aufklärung betreiben konnten. Alle wichtigen Informationen zu diesem Thema haben wir natürlich wie immer auch in der Infobox verlinkt. Und um weiterhin alles Wichtige zum Netzausbau zu erfahren, sollten Sie am besten den Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihr Matthias Otte Bis dahin, machen Sie es gut.